Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Videopräsentation über das Projekt, das wir im Rahmen des Changemaker-Programms ausgearbeitet haben. Wir sind Zitne Kunt, Benedikt Thaler und Oliver Kierenbauer. Wir haben gemerkt, Individualreisen steigen immer mehr und wenig Leute wollen auch inklusiv Reisen machen und das erleben, was hunderte andere Menschen auch erleben. Jeder will etwas Spezielles. Doch das zu buchen ist natürlich aufwendig und erfordert viel Zeit. Da haben wir dann nach einer Lösung gesucht und diese gefunden, indem wir unsere Geschäftsidee geplant haben. Wir wollen einen Österreich-Tourplan machen, also wir wollen uns am Anfang auf Österreich beschränken. Wir haben diesen dann Viewer Voyage genannt. Und da kann jeder Kunde seine Individualreise buchen, genau wie er sie will. Und der Benedikt will jetzt noch erklären, wie das jetzt genau funktionieren wird und wie wir das geplant haben. Genau, wir hätten uns eben eine Website vorgestellt, auf der wir eine Map von Google Maps integrieren, wo man dann eben seine individuelle Tour zuerst nochmal in Österreich zusammenstellen kann. Also sei es jetzt, man möchte zwei Tage in Wien verbringen, dann drücken wir dort auch auf der Karte und da möchte man nach Linz und dort eben eine Nacht verbringen. Und wir stellen eben alles bereit. Man kann auf unserer Website Transportmittel buchen, sei es jetzt ein Mietauto oder die Zugreise. Man kann auf unserer Website genau so die Unterkunft, sowie zum Beispiel Reservierungen für ein Restaurant oder auch einfach schon einen Theaterbesuch vorrufen. Das geht eben alles auf unserer Website. Man kann alles individuell zusammenstellen. Wir stellen aber auch schon bereits vorgefertigte Reisen zusammen, damit es ein bisschen leichter ist. Aber so hätten wir uns das eben vorgestellt. Genau, was ist unser USP? Das will ich jetzt der Oliver erklären. Das USP unserer Website ist, dass es noch keine Website bislang gab, auf der man sowohl die Freizeitaktivitäten als auch das Transportmittel und auch das Hotel gleich aussuchen und auch buchen kann. Und bezahlen. Und das erleichtert eben den Kunden die Buchung enorm und verringert den Zeitaufwand. Und zusätzlich bekommt der Kunde auch nur eine Rechnung. Bedeutet, er hat auch nicht viele Rechnungen zu Hause, wodurch die Reise unübersichtlich wird, sondern er hat eine gut zusammengefasste Rechnung. Das war es von unserer Geschäftsidee und wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke.